So Kinder, ich nehme euch mit auf einen wunderbaren 3-Tages-Kurzurlaubs-Ausflug. In die Berge Richtung Österreich und zwar genauer gesagt zum Großglockner. Ich habe dabei mein wunderbares Auto, was gerade ausschaut wie Sau. Das macht aber nichts, muss ich ihn aufräumen. Und meine Rennrade. Dazu habe ich noch Laufschuhe dabei, falls es mich packen sollte, dass ich hier im Herbst, Mitte Oktober, zum Beispiel noch ein bisschen joggen gehe. Könnte man ja mal machen. Also seid gespannt, was es alles so zu sehen gibt. Oh, 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 oh Musik 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 So, jetzt in Verleiten bin ich angekommen und jetzt gibt es erst einmal einen Kaffee. Der wird gerade gekocht. Und ich glaube, der kommt schon. Jawohl, der ist gleich fertig. Ja und mit der Aussicht kann man durchaus einen Kaffee trinken, oder? Hätte ich gesagt. Da gibt es noch eine leckere Apfeltasche. Und dann, mit der Aussicht, hätte ich gesagt, kann man es da ganz gut aushalten. Schi. Schi. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Strom habe ich natürlich noch keinen. Es ist jetzt erst 8 Uhr noch was und die Sonne scheint noch nicht auf die Photovoltaikanlage drauf. Wenn die Sonne im Sommer ungefähr, kommt sie auf 5 Ampere. Das ist wirklich ausreichend. Jetzt ist eher das Thema, dass ich mir die Heizung einschalte. Das mache ich mal. Mache ich volle Pulle und schalte das Thermostat auf 20 Grad. Und jetzt wird es gleich schön warm. Es ist so schön, einfach mal nix zu machen. Nur da sitzen, ein bisschen schauen. Schauen, ob man irgendwelche Viecher sieht. Nix. So, dann geht es jetzt also rauf auf die Großglockner Hochalpenstraße. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein wunderschöner Kontrast, die Lerchen, der Schnee, die Berge Gerade habe ich die Meldung bekommen, dass Gesamt Salzburg, das Salzburger Land auch, und ob Samstag Risikogebiet sein wird, sind ja genau rechtzeitig noch da gewesen. Mann, ist das geil hier. Das ist so schön. Manchmal weiß ich einfach nicht, wie ich mich ausdrücken soll, wie ich dem hier gerecht werden kann. Und den Gefühlen, die man so hat, wenn man doch so eine Landschaft fährt, alle Wörter sind irgendwie schon so benutzt und ausgelutscht. Es ist gigantisch hier. Es ist so wunderschön. Es ist wirklich unglaublich. Es ist gigantisch. 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 Ich kann mich aussehen. Großartier unterscheisen. Musik 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 Fast ganz groben Da oben Da Phänomenal Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020